Es haben mich einige Leute gefragt, ob mit unserem Master 2 bei einem BMW ein Service-Eintrag gemacht werden kann. Ihr wisst ja selber, man kann ja die ganze Inspektion zurücksetzen, auch sagen, jemand hat die Bremse getauscht oder einen TÜV gemacht. Das könnte man auch meistens vom Fahrzeug aus, bei vielen, bei manchen auch nicht. Aber die Service-Historie, das ist ja mal was Interessantes. Und bevor wir jemals euch irgendetwas versprechen, wird das Ganze auch geprüft. Schaut mal, jetzt haben wir hier so einen wunderschönen BMW. Wir gehen auf Fahrzeugstatus. Dann gehen wir hier unten, nicht auf Check Control, wo ist es? Motorölstand, Servicebedarf. Und dann sehen wir ganz ober die Service-Historie. Man kann auch sehen, bei dem und dem Kilometerstand wurde beim BMW das und das zum Beispiel durchgeführt. Öl-Service, Luftfilter-Einsatz und so weiter. Und jetzt gucken wir mal, ob wir mit unserem hübschen Master 2 das genauso hinbekommen. Wir schalten einmal die Zündung ein und meistens ist es ja auch bei der Wartung drin. Wir klicken einmal auf Wartung drauf und gucken, ob wir irgendwo eine Ölkanne erkennen. Da müsst ihr auch Inspektion zusätzlich dabei sein. Das ist ja nicht nur der Ölwechsel, was man da durchführt. Öl-Service und Inspektion. Bei dem ist jetzt ganz unten. Wir klicken hier auf OK drauf. Er verbindet sich über das VCI mit dem Fahrzeug. Manchmal braucht man auch ein extra Kabel, welches natürlich auch mit dabei ist. Wenn das nicht funktionieren sollte oder Netzwerkverbindung, dass die nicht funktioniert, da bitte einmal das Gerät anschließe mit dem Y-Kabel und dann nach oben. Ihr könnt ja auch gerne unseren Support auf www.ml24.shop anfragen, wenn ihr es nicht findet oder ein Video von mir noch nicht gesehen habt. Weil es dann die direkte Verbindung benötigt, auch bei den Fahrzeugen, wo wir zum Beispiel ein DYP-Protokoll haben. Da müsste man auch das Ganze verbinden. Man sieht ja einmal ein Internetkabel, einen Adapter und noch einen Adapter. Dann kann man das Ganze auch anschließen. Also da geht jetzt alle Systeme durch. Tut mir leid, da ist die Folie ja noch drauf. Die kann man wegmachen. Und unter dieser Einrichtungsfolie gibt es natürlich noch eine Folie. So, CBS. Okay. Bitte warten. Und jetzt kann man auch sehen, was ist denn dran bei den nächsten. Servicezähler, Auswahl, Motoröl ist noch 94%. 16% Bremse vorne ist 86% Bremse hinten. Bremslösigkeit alle 24 Monate. Abgasuntersuchung ist deaktiviert. Hauptuntersuchung ist deaktiviert. Verstehe auch nicht wieso. Und wenn wir jetzt sagen würden, da wir ja jetzt die Bremslösigkeit gewechselt haben, wir wollen die Bremslösigkeit zurücksetzen, klicken hier auf F4 drauf. Weil man sollte die Bremslösigkeit ja alle 24 Monate austauschen. Wieso? Weil ja die Bremslösigkeit hygroskopisch ist, das heißt Wasser anziehend. Und auch wenn das Fahrzeug nicht fährt, sondern einfach nur steht, dann passiert trotzdem Folgendes, dass der Wasser anzieht. Wieso? Weil wenn es nicht machen würde, sondern sich nicht mit dem Bremsligkeitsöl vermischen, was würde dann passieren? Dann würde eins passieren, dass irgendwo Wasser drin ist. Und wenn du dann anfängst zu bremsen und es wird richtig heiß, dann kann es zu Blasenbildungen kommen und dann trittst du einfach nur ins Leere. Also jetzt können wir einmal sehen, dass die Bremslösigkeit zu 100% getauscht wurde. Und man sagt jetzt auch auf F8 Service beenden. Service ist beendet. Da sieht man zum Beispiel auch bei der Bremslösigkeit so und so. Mehr sieht man ja hier nicht. Das heißt, wir haben hier einmal in der Service History nicht irgendwas extra eingetragen. Da könnt ihr sehen, BMW ist immer noch da. Zack, Motoröl, Bremslösigkeit bis zum 07.2026. Und jetzt gucken wir mal, wie wir in der Service History das Ganze verändern können. Also, dann gehen wir hier auf Zurück. Wieder auf den Hauptbildschirm. Können auf die Diagnose oder intelligente Diagnose gehen. Intelligente heißt, er sucht sich die Fahrgestellnummer selbst raus. Da dieser Tester bei BMW, Mercedes, VAG Fahrzeugen bei so vielen Herstellern einfach extrem viel durchführen kann, funktioniert es hier mit dieser Service History ohne Probleme. Also, wir gehen mit euch auf Instandhaltung und Wartungsdatensatz. Man kann einmal jetzt sagen, wir wollen ein einzelnes Element schreibe oder mehrere Elemente. Bei einzelnen Elementen wählt man halt aus. Will man jetzt einen Datensatz löschen oder schreiben. Löschen ist auch ganz praktisch, weil wenn man etwas falsch ausgewählt hat, dann kann man das Ganze auch wieder resetten. Jetzt machen wir mal Bremschlässigkeit, weil wir ja die gewechselt haben. Und dann kann man sagen, hier Wartung durchgeführt, verspätet durchgeführt oder Wartung überfällig. Bei uns war es nicht überfällig. Dann kann man sagen, ein unabhängiger Dealer oder wir haben sogar auch viele BMW-Werkstätte, die auch seinen Master 2 bei uns gekauft haben. Weil die ja auch andere Hersteller haben bei denen und die sagen sogar, für die ist am BMW, wenn man etwas nachrüstet, auch ganz simpel etwas zu machen. Weil bei BMW ist es ja auch oft so, dass man alle Steuergeräte dann anfängt zu kodieren und zu programmieren. Aber jeden ist seine. Und dann trägt BMW zum Beispiel seine Nummer ein. Und jetzt bei diesem BMW war es 00186. Natürlich machen wir dann auf Independent Dealer, aber ich wollte euch gerne zeigen, dass das genauso funktioniert. Dann klickt man hier auf OK drauf und gibt dann auch die Distanz-Kilometerstand ein. Und das war es. Sobald man das gemacht hat, Kilometerstand eingegeben hat, klickt man auf OK. Dann steht hier Funktion abgeschlossen, Zündung ausschalten, nochmal einschalten. Und dann geht man nochmal auf Historie. Und was sehen wir heute? Jawohl, den 27.07.2024. Und der Kilometerstand 164.364. Also haben wir schön in die Service-Historie den Eintrag gemacht. Für ganz viele Dealer ist es auch ganz praktisch. Weil es gibt Dealer, Autohändler, die die Wartung vielleicht selbst durchführen. Und dann ist es auch ganz praktisch, dass man sowas hat. Möchten Sie alle Wartungsdatensätze löschen? Nein. Wir wollen nicht alle Datensätze. So sieht es halt bei mehreren Elementen aus. Seht ihr? Das heißt, da könnt ihr genauso Kilometerstand eingeben. Lieferant, Servicezähler. Zum Beispiel Lieferant ist hier BMW. Nimmt auch einen Kürzel. Und Servicezähler ist dann die Nummer von denen. Meistens müsste man dann auch bei BMW hinterlegt sein. Wenn ihr ja natürlich das digital beim BMW hinterlegen wollt. Und nicht nur in dem Fahrzeug. Dann wäre das Ganze auch dann möglich. Dann habt ihr auch euren Servicezähler oder halt die Lieferantennummer und, und, und. Dann könnt ihr hier sagen, okay, Kilometerstand tragen wir ein. Was wollen wir jetzt? BMW-Dealer oder unabhängiger Dealer. Wir sind ein Unabhängiger. Und dann können wir einmal hier auswählen, was haben wir gemacht? Motoröf, Vorderradbremse. Weil da könnt ihr halt, sagt nicht überfällig, Wartung durchgeführt. Hier, Wartung durchgeführt. Und da könnt ihr halt hier alles Mögliche eintragen. Und alles auf einmal. Dann hat er das auch hier in der Servicehistorie gespeichert. Und da sieht man einmal. Bremsläschigkeit durchgeführt. Und das war's. Also meine Lieben. Dann könnt ihr auch hier auf CEC-Steuergerät zurücksetzen gehen. Dann geht es hier aus. Dann müsst ihr nicht unbedingt Zündungen aus- und einschalten. Aber hier mit dem Diagnosegerät könnt ihr so vieles durchführen. Und da muss man halt auch durchblicken. Man muss auch mit Köpfchen arbeiten. Für viele, die halt nie mit Originaltestern geschafft haben. Oder sonstigen wird es natürlich schwierig. Aber einfach durchfuchsen, meine Lieben. Und da kommen immer wieder solche verschiedenen Videos. Weil das haben mich schon mehrere Leute gefragt. Ob das funktioniert, wie das funktioniert. Und hier, voila, weil es mehrere gefragt haben, habe ich für euch auch das Video erstellt. Deswegen speichert es nichts wie ab. Und nicht nur abspeichern, sondern auch das Video teilen, dass ihr es danach wieder finden könnt. Über ein Herzchen würde ich mich freuen. Abonnieren nicht vergessen. Und bis demnächst. Euer Micha von der Firma MitmannLive GmbH. www.ml24.shop Da wird euch geholfen. Da könnt ihr auch die besten Kreiszeitdiagnosegeräte kaufen. In dem Sinne, alles Gute. Da, alles Gute.